ja guten namen zusammen ich begrüße euch zu einer einer weiteren folge grimmdorn ich schmeiß mal kurz meine skills an wir sollen ja mit hier sprich mit kalderos bei den draußen bei den stufen der bla 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 das haben wir schon gemacht stufen der folterer ich weiß offen gestanden jetzt recht nicht wo die sind das kann doch echt nicht sein leute es ist nicht euer ernst was war das denn hier der macht aber richtig bums alter der ist nicht lustig der bursche ich weiß nicht was für schaden er macht aber keinen netten zumindest so was wurden geht es denn da wir brauchen nahrung ja super das hilft mir mal gar nicht ich sehe zu dass du das land gewinnst was an das land gewinnst war jetzt irgendwie nicht zu verstehen wir machen echt aber die arschlöcher alter wo geht es denn hier stufen der folter heißen ausgang nur durch die broken hills erreichbar stand in der quest du hast du hast die geister des oligarchen der dieser welt ausgelöscht sprich mit ball wo rucks geisterhaften diener kann draußen vor den stufen der folter die stufen der folter können nur durch die broken hills erreicht werden ist ja später weil wenn bevor ich mich jetzt hier wieder noch wieder voll durchkämpfer die broken hills und dessen die broken hills oder sehe ich das falk jetzt sind wir in old akuvia herr leute regions karte rischt in den broke mils ich habe gerade keine ahnung ich wollte mich da mal hin so hier sind wir in die broken hills Ich hab keine Ahnung. Ach, lass mich doch entfieben. Ich würd die Quest ja gerne abgeben, ne? Alter. Geht's denn noch? Da hab ich jetzt glatt was übersehen. Nehmen wir natürlich mit. Nur zu kurz zu eurer Information. Ich werde diese Folgen hier jetzt auch etwas kürzer halten. Ich glaube, wir sind falsch. Gut, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Ich weiß, beim letzten Mal haben wir auch noch das Kopfgeld angenommen. Hallo. So. Auch da möchte ich jetzt eigentlich ganz gerne mal ein bisschen weiter kommen. Wenn ich wüsste, wo diese Blöden... Ach, jemi. Ne. Muss ja nicht sein, oder? So. So. Das hätten wir auch ad acta gelegt. Ah, da dürfte auch ganz schnell Asche sein hier. Ach, das ist doch alles merkwürdig. Ich muss das echt nochmal googeln, wo diese Quest abzugeben ist. Das sag ich euch ganz ehrlich. Ich find das einfach nicht. Alter, ist jetzt mal gut. Danke. Ja. So. Das war das. So. Wir verlassen jetzt mit Sicherheit die Broken Hills. Saria, karges Hochland. Aber egal. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. weiter. Aua. Aua. Wie gesagt, der Plan ist so. Heute mal so zwei Folgen, 15 Minuten. Ich schaff's einfach nicht anders. In der Spätschicht ist das immer doof. Ähm. Da-da-da-da-da. Deshalb heute zwei kürzere Folgen. So. Hier haben wir noch ein bisschen was, was wir einfach mal so hier so so und so machen. Das war das. Wo kam... Ach. Äh. Alter, wo kommt ihr denn her? So, ist jetzt mal gut. Ich finde, es muss auch mal reichen hier, ne? Ja, sie steht immer noch da und will mit dem anderen Typ nichts zu tun haben. Liebeskrank und so. Das soll uns jetzt aber nicht tangieren. Taken. So. Das war das. Taken. So. Mal sch... Ola, die Waldfee. Äh. Erstmal hier kleinen Rückzieher. Oh. 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 So. So. Das waren die. Jetzt die hier oben. So. Einmal borstiges Fell. So. So. Taken. Und da waren sie schon, Geschichte. Das kann ja auch mal schnell gehen. Oh. Hier ist Emel. Ach. Jemilie. Ich ruhig alle rein. Finde ich völlig in Ordnung. Tak. So. So. Das waren die Burschis. Haben wir da auch mal eben was weggemacht. Okay. Und da geht's durch den Schmucklerpass, welchen wir wohl nehmen werden. Dann machen wir das jetzt mal und bewegen uns weiter gern in den Norden. Was? Eine Mahlzeit. Erstmal hier. Jungs. Tag. So. Ach. Mann. So. Und dann geht es hier ja wohl durch. Der Mineneingang. Ja. Ein Portal. Das ist wie schon mal schick. Das mag ich. Portale sind toll. Ja. Was soll das? Was soll das? Ja. Ja. Was soll das? Ja. Ja. Was soll das? Ja. Ola. 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 Ein Heiltrank. Den nehmen wir natürlich. Ein Turmschild interessiert mich mal überhaupt nicht. Hoppla. Oh. Da war ein Wiedererwecker dabei. Let's go. Du kannst dann auch gleich mal sterben. Sehr schön. So. Das war das. Na. Danke. Einpolierter Smaragd. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ach. Jemine. Bleibst du. Lässt du das? Danke. Ich wollte gerade auf die Märk gucken, wie sich das Ganze jetzt darstellt. Wir gehen aber mal nach rechts. Einfach mal so rechts abbiegen und hier runter, was wir hier jetzt übersehen haben. Das ist schön. Da haben wir die drei Wiedererwecker erledigt. Das finde ich in Ordnung, wenn wir uns also das nächste Mal nach Hause porten. das ist so rechts abhandeln. Das war das. Taghirn. Voll einfach dort um. Ja. Hallo. Also, die Eisenteile nehmen wir natürlich mit. Map gucken. Tja, ich glaube, ich gehe erstmal hier rüber. Keine Ahnung, wird sowieso wieder die falsche Entscheidung sein. Tag. Ach, mich hier fangen. Sowas kann ich ja gar nicht haben. Sag mal, hörst du mal auf? Das darf nur ich. Wenn hier einer ballert, dann jawohl ich. Eindeutig. So. Hier wird er auch schon wieder. Irgendwo wird er auch schon wieder. Da, das sieht gut aus. So, so. Lass das. Ich mag das nicht. Wir sind auch noch ein Boss hier. Ein Helden. Ein Arschloch. So, so. Robusta. Es ist doch alles Schrott. Dinge, die die Welt nicht braucht, ey. Also, mal ernsthaft. Braucht doch nun wirklich niemand. Was denn? So, das haben wir. Dann mal hier runter. Ja. Tag. Ja, jetzt aber. So, einmal Schrott. Dann haben wir alles schön vergiftet, so wie das aussieht. So, dann könnten wir da oben nochmal gucken. Ja, machen wir auch. Dann haben wir nämlich den oberen Teil abgegrast. Gehen wir hier mal durch. Wie wir deutlich sehen, waren wir ja schon. So, dann mal hier durch. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was kreucht und fleucht? Ach komm, das kannst du aber. So, dann kamen wir hier noch oben. Ach, war ja irgendwie klar, dass das noch nicht alles war. So, hier haben wir jetzt aber alles durch. Ich würde sagen, legen wir jetzt mal nach oben. Na, da kamen wir ja nicht. Gut, ihr Lieben. Dann machen wir die aber eben noch hier weg. Das machen wir noch. So. Genau. Die wollte ich noch weg machen, bevor wir nämlich hier eine kleine Aufnahmepausen machen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage mal, bis bald dann. Tschüss. Die geht's, das macht dir так. Ich wünsche euch noch einem汝 Ist ja auch eine literally goes die ganze Zeit. Und ich werde mich noch nicht alleine aufhゃ��い. Und ichớ nicht. Ich bin ja, ich glaube noch mal Gracias. Ich vermhe模g veуп落 die Gomez zu江ню. Und du bist ja geil. Und ich哈哈哈, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018